So, dann herzlich willkommen diesmal zu einer Aufzeichnung aus einem bestimmten Anlass, weil halt der DAX direkt an dieser Marke, an einer einzigen Unterstützungsmarke, die ich noch im Video heute Morgen genannt habe, gedreht hat und bevor er die Zone von 9650 anlaufen hätte sollen, hat er eben dort gedreht. Und weil natürlich in Amerika direkt ab vom Start weg Kaufinteresse da war. Also das war jetzt schon mehr als seltsam, denn jeweils würde er die Tage davor teilweise kurz vor Handelsschluss eben wieder gekauft und die ganzen Käufer waren eigentlich extrem im Minus und trotzdem würde direkt heute wieder aufgekauft. Hier ist eben kurz der NASDAQ da, da sieht man die Gaps am deutlichsten. Hier oben ist ein Gap, hier ein ganz großes. Dann folgt hier nochmal eins, was nicht geschlossen worden ist und ebenso das heutige Gap. Und wie man es eben hier sieht, die Eröffnung war relativ tief, aber da hatte ich eben auch noch andere Kursziele im Sinne. Hier mindestens oder auf jeden Fall halt hier runter bis, ich glaube heute Morgen war die Marke eben von 4320 etwa auch genannt und hier eben das Gap von hier unten dann. Jetzt darf man wirklich eben gespannt sein, was morgen oder heute Nacht halt in China passiert und ob jetzt hier nachbörslich oder nicht nachbörslich am späteren Handelsverlauf die NASDAQ und die US-Märkte hier dieses Gap schließen können, dann wäre das ein komplettes bullisches Reversal. Kommen wir jetzt kurz zum DAX. Heute Morgen hatte ich hier ja, diesen FIBO eben noch eingezeichnet und habe eben von dort aus gesagt, dass eben Erholungen bis 9.900 Punkte möglich waren. Dies trat eben auch dann ein, dann kam eine Seitwärtsbewegung eben und aber mit der Eröffnung der US-Börse legte der DAX deutlicher zu. Also hat hier diesmal oder leider eben diese FIBO-Marke gehalten und ist noch nicht an hier an das schöne Einstiegslevel herangelaufen. Dazwischen hatte ich auch noch nie andere irgendwelche Marken. Klar war mal kurz die 10.000er Marke genannt, nur als psychologische Marke, aber man hat auch gesehen, die war jetzt nicht hier richtig relevant erstmal. Sonst hier ist natürlich die Chartbilder. dieser Wochenchart deutlich eingetrübt und auch hier im Tageschart würde jetzt diese dieser Trendkanal nach unten mit einem Gap verlassen. Wo die möglichen nächsten Einstiege liegen, ist eben sehr stark abhängig, was die Nasdaq bzw. die US-Indizes machen und eben morgen China. Hier habe ich den Tags ja noch gestern analysiert. Hier brach bzw. er öffnete halt direkt mit einem Gap. Landete dann hier in dem Unterstützungsbereich, wo eine Gegenbewegung stattfinden konnte. Und wenn man das hier, ich meine, die Märkte sind nicht so schnell, wenn man das jetzt direkt hier hinlegt, ist jetzt das soweit hochgelaufen wieder. Und ja, ob jetzt ein, zwei Tage vielleicht noch seitwärts oder auch noch mal wieder. Mal in Richtung 1800 Punkten. Aber hier dieses untere Level könnte trotzdem noch eben angelaufen werden. Hier habe ich dann aus dem TechDAX einen schönen Wert-Dialog-Semikontakter vorgestellt, nahe am Tief. Die stand dann bei 26,20 etwa. Hier konnte schon 1,2 Euro pro Aktie mitgenommen werden. Allerdings sollte hier, wenn morgen der Markt freundlich tendiert, es Richtung 28,60, 28,50 gehen. Bei Apple wurde man ausgestoppt. Da war eben natürlich heute auch ein Abwärtsgap. Dieses Abwärtsgap wurde noch nicht ganz geschlossen. Aktuell stehen wir unter der 100 Dollar Marke. Goldman Sachs hat hier das Verkaufssignal gestern aktiviert. Und beim Nikkei-Index, der hat im europäischen Handel, wenn man hier das auf eine andere Indikation umstellt, hat er hier dieses Kursziel erreicht. Hat auch dann das mehr oder weniger gemacht, was ich heute Morgen gewünscht habe, dass es hier einen Reversal gibt. Mal schauen, wie der Markt direkt an der Tokio-Börse dann agieren wird. Also hier läuft kein Setup, was nicht lief, ist der Hang Seng. Da wurde wirklich auf die Unterstützung eben gesetzt, dass es hier aufwärts geht. Die Brach und der Markt trete hier fast exakt an der 20.000er Marke dann. Konnte jedenfalls 400 Punkte vom Tief zulegen. Noch zuletzt, Gold. Gold lief wie gewünscht. Da liegt man, ja, hat sogar neue Hochs hier gemacht in den letzten Minuten. Also bricht er auch hier im Tageschart aus dem Rainbow raus. Und da hier die Ziehenmarke liegt etwa bei 1120, beziehungsweise vielleicht sogar läuft er auf 130 ran. Das war's mit dem Update. Vielen Dank fürs Zuhören. Und man sieht sich oder hört sich heute Abend nochmal, beziehungsweise morgen früh.